Dieser kleine Shift in deinen Gedanken verbindet dich wieder mit deiner grenzenlosen Schöpferkraft, dass du kreieren kannst, was du möchtest. Herzlich Willkommen zur Raphael-Bettenkur-Experience, der Podcast für die grenzenlosen Seelen der Veränderung. In diesem Podcast nehme ich dich mit in die Welt der Energie und der Gesetze des Universums, sodass du die größten Quantensprünge in deinem Leben und Business erschaffst. Das ist der Weg zu einer neuen Welt. Auf geht's! Herzlich Willkommen in der Raphael-Bettenkur-Experience. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über einen ganz einfachen kleinen Mindset-Shift, der mir unglaublich viel gegeben hat und mich wieder zurückverbunden hat mit meiner Power. Der Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld und was Verantwortung wirklich ist, ist, glaub mir, es hört sich vielleicht simpel an, aber es ist unglaublich tief und wird für dich alles transformieren. Übrigens ein kleiner Hinweis, diesen Podcast gibt es neben YouTube auch auf iTunes, Spotify und Co. Also wenn du ab und zu mal unterwegs mich hören willst, dann kannst du das sehr gerne tun. Vielleicht hast du schon mal von mir ein Video gesehen oder Content gehört, wo ich gesagt habe, hey, alles ist deine Verantwortung. Das ist der Grundsatz, wenn wir davon ausgehen, wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Dann gehen wir davon aus, dass du alles selber erschaffen hast und alles selber erschaffen wirst. Egal was es ist, du kreierst es selber. Aber somit ist dein Leben deine vollste Verantwortung. Das, was erlebt wird und auch das, was andere Menschen dir spiegeln, andere Menschen dir sagen, andere Menschen dir geben. Du hast es selber erschaffen. So, jetzt können wir uns aber ganz schnell darin verlieren, dass wir in die Schuldrichtung rutschen. Wenn etwas nicht so läuft, wie du es möchtest in deinem Leben oder im Außen eine Situation passiert, die du nicht haben wolltest, dann sitzt du vielleicht da und sagst dir, verdammt, ich bin schuld. Ich hatte die falschen Gedanken, die falsche Energie, die falsche Ausrichtung. So ein Mist. Und was passiert? Wir rutschen dadurch in eine Spirale oder wir sagen, die andere Person ist schuld, weil sie dies, das und das gemacht hat. Das ist die Schattenseite von alles ist meine Verantwortung. Es kann passieren, dass wir uns selber dafür runtermachen und traurig darüber werden. Und das kenne ich von mir zu gut. Alles ist meine Verantwortung, war lange oder ist schon immer, nicht schon immer, schon seit langer Zeit mein Glaubenssatz, der mir sehr viel Macht gegeben hat, aber auch Momente, wo ich mich echt fertig gemacht habe dafür. Und nun habe ich von einem meiner aktuellen Coaches einen ganz tollen Impuls bekommen, von Andrew. Auf Englisch müssen wir das Ganze machen, ich werde es dir übersetzen. Auf Englisch ist das Wort Verantwortung Responsibility. Und er sagte, Verantwortung ist nicht, wer ist schuld, wer hat was gemacht, sondern it's your ability to respond. Response, Ability. Das heißt, das Wort Verantwortung auf Englisch ist Responsibility, zusammengesetzt aus Response und Ability. Response bedeutet Antwort und Ability bedeutet Fähigkeit. Das heißt, auf Englisch bedeutet Verantwortung, wenn wir es wörtlich übersetzen, deine Fähigkeit zu antworten. Und das ist wahre Macht und wahre Verantwortung, deine Fähigkeit auf eine Situation in deinem Leben zu antworten. Nicht, wer ist schuld, warum ist das so, warum ist das jetzt doof gelaufen, warum habe ich was falsch gemacht, sondern okay. Die Situation ist, wie sie ist. Wie antworte ich jetzt in der besten Art und Weise auf diese Situation. Boom. Game Changer. Denn dann sind wir nicht mehr in der Vergangenheit. Warum ist es so, warum passiert das, das können wir gerne auch machen, um beim nächsten Mal eine andere Situation zu kreieren. Aber nicht in das Schuldgame, in die Schuldspirale zu rutschen. Wer ist schuld, warum, oh nein, Versager, sondern okay. Was ist jetzt mein Weg, am besten hier drauf zu antworten. Damit bist du in deiner Macht. Egal, was geschehen ist. Denn du sagst nicht, die Situation muss anders sein, das war falsch, das war schlecht. Sondern du sagst einfach, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Ich habe die Power, wie antworte ich darauf? Und es ist so simpel, aber lass das mal wirken. Es war für mich eine riesige Erkenntnis. Wow, stimmt. Schuld ist irrelevant. Wie es gerade aussieht, ist irrelevant. Es ist nur relevant, wie ich darauf antworte. Und dann wird sich zeigen, wo sind noch deine Trigger. Denn es gibt Situationen, da kannst du nicht bewusst darauf antworten, weil das deinen Trigger durch die Decke ballert. Thema Geld, immer eine große Sache. Thema Liebe. Oh, dein Partner macht was. Du kannst nicht selber entscheiden, wie ich jetzt antworte, weil dein Körper antwortet von alleine. Ey, bist du verrückt? Und da gilt es dann, die Heilarbeit zu machen. Da gilt es, die Transformationsarbeit zu machen. Denn das ist der Loop, der dich festhält. Also, Responsibility. Lass es mal wirken und schreib mir in die Kommentare, was ist die Erkenntnis für dich? Vielleicht eine bestimmte Situation, vielleicht ein bestimmter Moment. Teil es mal unten in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen, das zu hören. Damit danke ich dir von Herzen. Danke, dass du zugehört hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, im nächsten Podcast. Bis dahin, dein Raphael.